Was mit dem Rasierapparat in wenigen Minuten erledigt ist, wird hier zu einer Prozedur, die mindestens 20 Minuten Ruhe braucht. Die Nassrasur mit dem Messer siehst in deutschen Großstädten wieder ein Service, den immer mehr Männer in Anspruch nehmen. Manche verbinden sie mit einem neuen Haarschnitt. Andere kommen nur zum Rasieren oder zur Bartpflege. Man kriegt es auf jeden Fall zu Hause nicht so hin und man fühlt sich so, als hätte man sich selber was gegönnt. Und auch wenn man dann so drüber fährt, spürt man das einfach. Da ist ein Unterschied da. Der Barbershop von David Fechner in München. Hier wird dann eine Zeit angeknüpft, in der Männer sich noch als Gentleman begriffen. Das spiegelt sich auch in der Einrichtung wieder. Sie stammt aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Vor knapp einem Jahr hat das Geschäft seine Türen geöffnet. David Fechner rasiert täglich bis zu 10 Kunden in traditioneller Manier. Mir gefällt die Zeit von damals mit den alten Möbeln. Und dazu kam einfach, dass im Friseurbereich keiner mehr diese Dienstleistung für Herren anbietet. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Ich kann die Haut besser spannen und ich mache es einfach intensiver, als man zu Hause machen würde. Man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, also gerade für gerade Linien im Bad. Man kann den Bad viel besser formen. Ob bei Modenschauen oder in der Werbung. Seit einigen Jahren ist der Trend zum Bad ungebremst. Gerade jüngere Männer sind offener geworden für Typveränderungen. Sie tragen ihren Bad mal voll und lang, dann wieder als Drei-Tage-Bad mit gepflegten Konturen. Kein Wunder, dass nun auch kostspieligere Badpflege zum Thema wird. Der moderne Barbier serviert natürlich auch die Drinks, die Männer am liebsten trinken. So, und was machen wir heute? Ja, so ein Konturen bisschen und wieder in Form bringen. Der ist ja ein bisschen unzivilisiert jetzt. Allerdings, das kriegen wir hin. Super. Im Barbershop von David Fechner scheinen sich die Kunden mit ihrem Bad besser aufgehoben zu fühlen als bei einem normalen Friseur. Es ist ja auch sehr bequem, so ein Vollbad zu tragen, weil man nicht viel tun muss dafür. Und das ist eigentlich gut dann, dass mal jemand sich darum kümmert. Auch die Popkultur befeuert den Trend zur Nassrasur. Diese Szene aus dem James-Bond-Film Skyfall hat nachweislich den Verkauf von Rasiermessern in die Höhe getrieben. Ich setze Ihnen das Messer an die Kehle. In Berlin bietet der Kosmetik-Salon von Nicole Bieden Männern seit dem Sommer eine Rundum-Badpflege. Es ist auf jeden Fall eine Form von Wellnessbehandlung für Männer, die auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise dem Mann die Möglichkeit gibt, seine Männlichkeit zu behalten und trotzdem Wellness in Anspruch zu nehmen. Pflegeprodukte wie Bartshampoo, Bartbürste und Bartöl sind wieder neu auf den Markt gekommen. Sie gehören zur 70-minütigen King-Size-Behandlung von Nicole Wiedens Barbier, der aus New York stammt. Rasiermesser sind momentan so gefragt, dass etwa die deutsche Messermanufaktur Böker Lieferengpässe hat. Für diese Art der Rasur braucht es viel Übung, deswegen lassen viele lieber einen Fachmann an ihre Kehle. Beim ersten Mal sind sie noch nervös, doch beim zweiten Mal schon nicht mehr. Wenn sie sehen, wie ich ihren Bart behandle und sie einschäume, dann haben sie in dem Moment, in dem ich die Klinge ansetze, schon Vertrauen. Zwischen 20 und 78 Euro zahlt der Kunde für das Kosmetikprogramm beim Berliner Barbier. Längst lassen sich auch Männer ihre Schönheitspflege etwas kosten. Ich komme eigentlich einmal die Woche her, für auf alle Fälle so einen kleinen Nachschnitt oder Retrim und einmal im Monat so eine Stunde mit kompletten Treatment und Haare schneiden und alles. Und das sind immer die Highlights der Woche. Auch immer mehr deutsche Frauen schenken ihren Männern zu besonderen Anlässen ein Besuch beim Vintage-Papier. Schließlich profitieren sie ebenfalls von einem gepflegten Bart.